Während in der Anfangszeit der Erforschung der Zusammenhänge zwischen Klimawandel und Migration, also den 1980er, 90er Jahren, vor allem Fragen der Kausalität, also wie verursacht Klimawandel und Migration dominiert haben, hat sich seit den 2000er Jahren auch eine zweite Richtung etabliert und zwar die Frage, inwieweit Migration denn auch zu Anpassungsprozessen an den Klimawandel beitragen kann. Also Frage, kann Migration im Kontext von Klimawandel auch von Nutzen sein? Um das zu verstehen, hilft es eine sogenannte translokale Perspektive auf Migration einzunehmen oder sich zu eigen zu machen. Die beinhaltet letzten Endes nichts anderes als, dass Migranten, wenn sie aus dem Dorf beispielsweise in die Stadt gehen, ja nicht einfach weg sind, denn dann wäre die Anpassung einfach das Weggehen aus der Gefahrenzone, wenn man den ländlichen Raum da als Gefahrenzone sieht, sondern Migranten bleiben auf vielfältige Weise mit ihren Herkunftskontexten, Haushalt, Familie, sozialer größerer Zusammenhang, Dorf, Ort verbunden, beispielsweise über soziale Netzwerke, entlang deren Ressourcenflüsse stattfinden. Geld wird überwiesen, Ideen werden transferiert, nicht nur von der Stadt oder vom Zielort ins Land, auch umgekehrt. Es werden Ressourcen hin und her geschickt, Informationen, Wissen wird ausgetauscht, Kenntnisse, Identitäten. Es findet also eine Verflechtung von Herkunfts- und Zielregionen entlang dieser sozialen Netzwerke und entlang von Identitäten und von Änderungen, von Wertvorstellungen, von Perspektiven statt, die weit über das hinausgehen, was man oft als Migration betrachtet. Sprich, eine Person geht von Ort A nach B. Auf den Punkt gebracht kann man sagen, dass Haushalte an Herkunftsorten und Haushalte an Zielorten über vielfältige Verbindungen oder vielfältige Strukturen und Praktiken verbunden sind und es hilft, diesen Gesamtkontext zu betrachten. Haushalt am Herkunftsort, Haushalt am Zielort, die Migranten und diese ganzen Flüsse und Verbindungen, die zwischen diesen bestehen. In unserer Forschungsgruppe in Wien benutzen wir das Konzept der translokalen sozialen Resilienz. Resilienz bezieht sich hier auf die Fähigkeiten oder Eigenschaften von sozialen Systemen, Haushalten oder Dorfgemeinschaften, negative Effekte, Risiken abzupuffern und positive Möglichkeiten oder Chancen zu nutzen, ohne dabei die Lebenschancen von individuellen Mitgliedern vom Haushalt oder Haushalte innerhalb des Dorfs zu beeinträchtigen. Wie geht das Translokale jetzt mit der Resilienz zusammen? Nun, Migration können wir auch verstehen als sogenannte Livelihood-Strategie, also als Strategie, seine eigenen Lebensgrundlagen zu verbessern, zu erweitern. Indem also Migranten aus Dörfern entweder in andere Dörfer oder in die Stadt oder an internationale Ziele gehen, passiert Folgendes. Es werden translokale Netzwerke aufgebaut, Netzwerke zwischen den Migranten, zwischen Herkunfts- und Zielregionen und entlang dieser Netzwerke finden Austausche, Flüsse von Gütern, von Ressourcen, von Ideen, aber auch von Weltsichten, Identitäten, Lebenszielen und so weiter statt. Diese translokalen Verbindungen und Prozesse und Praktiken haben damit das Potenzial, die soziale Resilienz von Gemeinschaften und von Haushalten zu stärken. In der Perspektive der translokalen sozialen Resilienz ist es wichtig zu berücksichtigen, dass die Analyseeinheit hier verschoben wird. Wir schauen also nicht mehr auf räumlich abgeschottete Einheiten, nur den Migranten oder Migrantinnen oder den Haushalt, sondern wir schauen hin auf translokal situierte soziale und wirtschaftliche Formationen oder Systeme. Und zum Zweiten müssen wir die Einheiten, diese translokalen Einheiten verstehen als eingebettet in soziale, ökologische, wirtschaftliche Systeme an den Herkunfts- und an den Zielregionen, also multipl eingebettet und translokal eingebettet in unterschiedliche Kontexte. Über welche Mechanismen führt also dann Migration zu erhöhter Anpassungsfähigkeit? Nun, entlang dieser translokalen Netzwerke und Verbindungen und der Ressourcentransfers, die da stattfinden, können wir beobachten, dass vor allem die Überweisungen von Geldern, also die finanziellen Remessen, die Rückflüsse bedeutsam sind, dass Ideen für Anpassungsleistungen oder Anpassungsanstrengungen bedeutsam sind, aber auch Ambitionen und die Motivation, bestehende Systeme oder bestehende Praktiken zu verändern, können bedeutsam sein, um sich an veränderte Umweltbedingungen, an den Klimawandel anzupassen. Wie bedeutsam solche Finanztransfers sind, sieht man an der schieren Höhe der internationalen Rücküberweisungen, die die offiziellen Entwicklungsgelder bei Weitem übersteigt. Nicht jeder Euro oder Dollar oder Bart der Rücküberweisungen, die in Heimatorte und Länder transferiert werden, aktiv in Anpassung für den Klimawandel verwendet. Vieles wird ausgegeben für Alltagsausgaben, also für konsumtive Ausgaben, aber wie man an einem Beispiel von internationalen Rücküberweisungen in thailändische Dörfer sieht, wird durchaus auch investiert in die Anschaffung von landwirtschaftlichen Geräten, in den Kauf von weiteren Landflächen, in Versicherungen gegen Ernteausfälle, in Saatgut oder Dünger, also Inputs, aber auch in Bildung, die man als Anpassung für die Zukunft verstehen kann. Was deutlich wird, ist, dass Migration eine Form der Risikostreuung ist. Für einen Haushalt, der immer wieder von Dürreereignissen betroffen ist, kann es also sehr sinnvoll sein, wenn ein Haushaltsmitglied aus diesem ökonomischen Kontext und dem regionalen Kontext rauswandert und eine Beschäftigung entweder in der Landwirtschaft außerhalb dieser von Dürre betroffenen Regionen findet oder in einem anderen Sektor, sprich in der Automobilindustrie oder in Dienstleistungssektoren. Das heißt, eine sektorale oder räumliche Trennung von Risikokontexten findet hier statt und natürlich damit eine Einkommensdiversifizierung, also eine Verlagerung von ländlichen Einkommen, die vor allem vorher vielleicht in der Landwirtschaft gelegen haben, auf unterschiedlichste Einkommensquellen und Orte. Und was wir auch sehen, ist, dass diese translokalen sozialen Netzwerke eine Form von sozialem Kapital darstellen, auf das in Krisenzeiten zurückgegriffen werden kann. Sprich, auch wenn nicht permanent Rücküberweisungen und Ressourcenflüsse stattfinden, wenn wirklich Not herrscht, wenn also wirklich eine Ausnahmesituation das erfordert, dann wird auch auf solche translokalen Verbindungen zurückgegriffen und es werden Ressourcen mobilisiert. Wie kann Migration zu landwirtschaftlicher Anpassung oder sogar Innovation führen? Schauen wir wieder auf ein Beispiel aus dem Nordosten Thailands. Dort hat Migration innerhalb des Landes, aber auch international eine ganze Reihe von Einflüssen auf die landwirtschaftliche Produktion und auf landwirtschaftliche Praktiken. Einmal haben wir beispielsweise den Effekt, dass immer mehr Reisbauern den Reis, statt ihn erst in Vorbeeten aufzuziehen und dann einzeln zu verpflanzen, direkt auf die Felder aussäen. Das ist eine Anpassung an höhere Niederschlagsvariabilitäten, denn das Reis vorziehen und dann transplantieren in die Beete ist extrem arbeitsaufwendig. Und wenn dann eine längere Trockenperiode kommt, muss dieser ganze Vorrang wiederholt werden. Es ist also einfacher, auch wenn es etwas weniger Ertrag bringt, den Reis direkt auf die Felder auszusäen. Das ist eine Praktik, die durch Binnenmigration in die Dörfer langsam reingekommen ist und sich jetzt dort immer mehr verbreitet. Dann haben wir das Beispiel der Umstellung auf Ökolandbau, wo Migrantinnen, die aus Bangkok zurückgekommen sind, in die ländlichen Herkunftsorte mit der Perspektive, die sie in der Stadt da gewonnen haben, ihre eigenen landwirtschaftlichen Betriebe auf Bio- oder Ökolandbau umgestellt haben und auch andere animiert haben, das gleich zu tun, sodass wir da wirklich Transformationsprozesse auch beobachten können. Allgemein haben wir in diesem Kontext in Thailand beobachtet, dass Migration auf zwei wesentliche Art und Weisen zur Innovation beitragen kann. Zum einmal natürlich durch neue Ideen, die durch das Wandern und die Ausgesetztheit, durch die Exposure zu neuen Ideen in den Migrationszielorten kommt. Entweder fließt das direkt über translokale Kanäle an die Familien zurück, über Medien, übers Telefon, über bei Besuchen oder nach der Rückkehr der Migrantinnen und Migranten in ihre Herkunftsorte. Also Ideen sind das eine und zum anderen, um Innovationen starten zu können und umsetzen zu können, muss man Risiko eingehen. Man macht was anders, als es vorher war. Das heißt, Innovationen sind fast immer mit gewissen Risiken und damit auch Kosten verbunden. Die Kosten kann man besser stemmen, wenn man zusätzliches Einkommen aus der Migration hat. Das heißt, über Rücküberweisung und die Kombination dieser beiden Dinge, Ideen und das Startkapital oder auch das Kapital, um Risiken eingehen zu können, die führen tatsächlich dann auch oder können dazu führen, dass Migration zu landwirtschaftlicher Innovation beiträgt. Was wichtig ist, und da kommen jetzt Skalen wieder rein, nicht immer führt Migration zu positiven Effekten und zu Anpassungen. Wenn wir das auf diesen zwei Skalen Individuen und Haushalten betrachten, dann kann Migration dazu führen, dass es entweder dem Haushalt besser geht oder schlechter und dass es der Migrantin oder die Migrant besser geht oder schlechter. Es lohnt sich, das nach diesen beiden Achsen aufzuteilen. Wenn man das tut, dann kriegen wir im Prinzip vier mögliche Quadranten. Einmal das Optimum wäre eine nachhaltige Verbesserung. Es geht beiden besser, positive Entwicklungen sowohl für Migranten, Migranten als auch den Haushalt. Es wird viel Geld verdient, das wird zurückgeschickt. Der Haushalt, der kann es produktiv anwenden, kann mehr Land kaufen, kann seine Situation verbessern. Es gibt das ganze Gegenpol. Es gibt den Migrantinnen schlechter und es gibt den Haushalt schlechter. Das könnte man als Translokalitätsfalle oder Migrationsfalle sehen. Die Migrantinnen und Migranten kommen oft auch nicht zurück. Im Herkunftskontext gibt es nicht genug Einkommen, um alle zu versorgen. In der Stadt gibt es aber auch nicht genug Einkommen, um ein gutes Leben zu führen. Also es geht beiden schlechter. Das wäre das Gegenteil. Und dann haben wir noch die beiden anderen Pole. Es geht dem Haushalt besser durch die Rücküberweisung, aber es geht dem Migranten schlechter, weil er Risiken in Kauf nimmt, in gefährlichen Arbeitssituationen lebt oder unter prekären Bedingungen in der Stadt. Das könnte man als sowas wie prekäre Resilienz bezeichnen. Und es gibt den Fall, in dem es dem Migranten besser geht und dem Haushalt aber schlechter. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn die translokalen Verbindungen abreißen und kaum oder wenige Rücküberweisungen mehr stattfinden. Wovon hängt es dann also ab, ob eine translokale soziale Konstellation mit Haushalt und Migrant hier in dem einen oder anderen Quadranten landet? Nun ein wichtiger Faktor ist die grundsätzliche soziale und wirtschaftliche Stellung des Haushaltes. Besser gestellte Haushalte haben auch eine bessere Chance, was aus Migration zu machen. Die Fähigkeit, Überweisungen produktiv und gut zu nutzen, aber auch die gewisse Unabhängigkeit von Migration. Sehr arme Haushalte sind extrem abhängig von diesen Rücküberweisungen. Das setzt die Migranten unter starkem Druck, auf jeden Fall immer zu überweisen, egal wie es ihnen geht. Also die grundsätzliche Ausstattung mit Ressourcen des Haushaltes ist schon mal ein Faktor, der eine Rolle spielt. Natürlich auch die Einbettung des Migranten oder der Migrantin in den Herkunftskontext. Der Job, wie sicher ist der Job, wie stabil ist das Einkommen, wie fair ist die Bezahlung. Die Bildung der Migranten oder Migrantinnen spielt hier eine Rolle. Welchen Zugang habe ich zu bestimmten Arbeitsmärkten, aber auch die soziale Einbettung. Wie weit werde ich da integriert oder bin ich in sozialen Konstellationen, die mir ein gutes Leben ermöglichen. Und natürlich das Verhältnis zwischen Haushalt und Migrantin oder Migrant. Wie stabil ist das? Welche Positionen hat auch die Migranten oder der Migrant im Haushalt? Das hängt vom Familienstand ab, von Gender und von verschiedenen anderen Faktoren. Das führt uns so ein bisschen zur Frage, haben wir also mit Migration doch nichts anderes als die Fortsetzung von ungleichen Entwicklungspfaden? Daten aus Thailand lassen zumindest eine Vermutung in diese Richtung zu, dass also Resilienz durch Translokalität durchaus sozial differenziert erfolgt. Dass wir also auf der einen Seite eher Entwicklungspfade von Stagnation und Niedergang haben, auf der anderen Seite eher Entwicklungspfade des Wachstums und der positiven Dynamik. Diese Negativseite hängt wie gesagt ab von einer geringen Ressourcenausstattung. Sie ist oft verbunden mit Binnenmigration, weil da die Ressourcen fehlen für internationale Migration. Mit dem extrem angewiesenen Sein von Herkunftshaushalten auf Migration und auf die Rücküberweisung ist dann verbunden mit sehr geringer Akkumulation von Ressourcen und führt dazu, dass jetzt bezogen auf Klimarisiken tatsächlich auch gerade eben so Risiken bewältigt werden können oder abgepuffert werden können, aber für aktivere Anpassungsstrategien oft nicht reicht. Das sind also eher die ärmeren Haushalten. Auf der anderen Seite positive Entwicklungsdynamiken ist oft mit einer besseren Ressourcenausstattung verbunden. Mit Binnen, aber vor allem auch internationaler Migration, weil die Geldüberweisungen da sehr größere Höhe haben, führt häufig zu einer Akkumulation von Ressourcen, zusätzliches Land, zusätzliche Maschinen und Inputs und das ermöglicht dann in vielen Fällen oder in manchen Fällen auch die tatsächliche Anpassung an erwartete Veränderungen und Klimarisiken in der Zukunft. Zusammenfassend kann man also sagen, dass Migration durchaus eine Form der Anpassung sein kann oder zur Anpassung an den Klimawandel beitragen kann. Wichtig ist dabei das Verständnis, dass oft einzelne Haushaltsmitglieder migrieren und den Haushalt dann unterstützen und nicht einfach ganze Gruppen abwandern, dass also diese translokale Perspektive ein Schlüssel zum Verständnis ist, wie Migration als Anpassung funktionieren kann. Migration kann tatsächlich auch so dazu beitragen, dass Haushalte besser mit Klimawandel umgehen können, Risiken abpuffern können und bewältigen können, aber auch aktiv das Beispiel Landnutzung oder landwirtschaftliche Praktiken sich an Klimawandelfolgen anpassen können. Und nicht immer gelingt Migration als Anpassung. Wir haben einige Faktoren erwähnt, Armut, strukturelle Rahmenbedingungen an Herkunfts- und Zielort, die bedingen, ob Migration als Anpassung gelingt oder auch nicht. Vielen Dank!